Wir müssen nur diese Wörter hören, um den Film, zu dem sie gehören, identifizieren zu können. Aber wie erkennen wir ein Musikwerk? Was macht die erste Symphonie von Brahms, was sie ist? Bei einem Film gibt es keine Verwirrung. Es ist etwas Festes. Aber beim Musikstück gibt es nichts Festes, da jeder Musiker spielt erst Brahms anders. Das Problem ist, dass wir nur die Partitur haben. Aber die Partitur klingt nicht. Es ist nicht die Symphonie. Brahms hätte vielleicht jedem Orchester Musiker beibringen können, sein Werk nach Gehör zu spielen. Und jeder Musiker hätte es sich merken sollen. Das ist aber voll unpraktisch. Die Partitur ist der einzige praktische Weg, mit dem Brahms seine Arbeit an uns weitergeben konnte. Es ist trotzdem nur eine schriftliche Nachricht. Aber es stellt sich heraus, dass eine Partitur noch mehr als eine normale Nachricht in geschriebenes Wort unvollständig ist. Was können wir in einer Partitur? Symbole, die ungefähr höhere Dauer und Intensität anzeigen. Aber nur annähernd. Ja, das sind Noten. Aber die Noten sind eigentlich relativ. Wie hoch ist eigentlich ein C, ein D oder ein E? Es kommt zunächst darauf an, wie hoch oder tief ein Orchester stimmt. Nicht alle Orchester stimmen gleich ein. Wenn das Orchester das A3 auf 440 Hertz abstimmt, wird das C3 im Prinzip 261.625 Hertz sein. Aber wenn wir das A3 auf 444 Hertz einstimmen, wird das C3 264 Hertz sein. Nur im Prinzip. Denn eines passiert. Das Klavier hat nur ein C. Aber das Orchester hat die Möglichkeit, viele Cs vollzubringen. Das Orchester kann die Tönhöhe jede Note anpassen, unter anderem, je nachdem, zu welchem Akkord sie gehört. Während also ein Klavier einen C hat, hat ein Orchester viele Cs. Ein wenig höher, noch höher oder tiefer, noch tiefer. Auf diese Weise hat das Werk mit dem Orchester eine tiefe Bedeutung, die das Klavier nicht erreichen kann. Kurz gesagt, die Höhe ist relativ. Der Rhythmus ist auch relativ. Erstens, der Rhythmus hängt von der gewählten Pulsation ab. Zumindest bei Werken, die keine metronomische Anzeige haben. Wenn das Viertel an einem Pulsschlag von 60 Bits pro Minute ist, dauert jeder Viertel eine Sekunde. Und da jeder Achtel doppelt so schnell ist, dauert jeder Achtel eine halbe Sekunde. Aber wenn das Viertel an einem Pulsschlag von 90 Bits pro Minute ist, hält jedes Viertel zwei Drittel seiner Sekunde und jede Achtel Note ein Drittel. Außerdem stellen Menschen den Rhythmus nicht mechanisch, mathematisch oder metronomisch dar, sondern ändern sie ihn, sodass er zum Ausdruck des Stückes passender ist. Kurz gesagt, Rhythmus ist auch relativ. Und die Dynamik? Nun, wie laut oder wie leise ist ein Pforte? An der ersten Sinfonie verwendet man fünf dynamische Stufen von Pianissimo 3Ps bis Fortissimo 2F. Andererseits verwendet Bach selten und nur bei Bedarf mehr als ein P oder ein F. Tchaikovsky kann neun verschiedene Dynamikbezeichnungen in einem Werk verwenden. Heißt das, dass Bach nur zwei Intensitätsstufen kannte, Brahms fünf und Tchaikovsky neun? Nein, das glaube ich nicht. Es scheint viel wahrscheinlicher, dass Bach nicht neun Dynamikbezeichnungen benötigte, um sich verständlich zu machen. Allerdings hat Brahms sich für fünf entschieden, möglicherweise, weil er dachte, dass er nicht mehr oder weniger brauchte. Aber draus zu schließen, dass der Klang beim Brahms kleiner als bei Tchaikovsky sein sollte, nur weil er weniger P's und F's aufgeschrieben hat, erscheint mir ein Unsinn. Stattdessen muss man die Symbole einer Partitur verstehen. Vielleicht sind zwei S bei Tchaikovsky gleichwertig mit einem F im Brahms. Vielleicht? Vielleicht hat ein P im Brahms viele Ebenen, viele Nuancen und Subtilitäten, die man entdecken sollte. Vielleicht hätte Tchaikovsky, wenn er die Werke von Brahms geschrieben hätte, mehr P und F in die Partitur gelegt. Vielleicht. Klar ist denn, dass die Dynamik auch relativ ist. Aber Moment mal. Man könnte mich fragen, wenn alles relativ ist, Wenn nichts fest ist, heißt das, dass man tun kann, was man will, oder? Nein, auf keinen Fall. Wenn der Komponist all diese Elemente zusammenfügt, tat er es mit einer Idee, mit einer Absicht dahinter. Das Problem ist das Mittel, durch das die Idee zu uns kommt. Brahms verbindet kein genaues System. Brahms schreibt nicht. Dieser Klang ist so viel Hertz, dauert so viele Millisekunden, bei so vielen Dezibel SPL. Das System, das er benutzt hat, ist unvollständig. Es ist weniger eine Beschreibung und mehr eine Karte für uns, um den Weg zu befahren, den der Komponist gelaufen ist, und die von ihm geschaffene Komposition zu rekonstruieren. Aber es ist kein Jazz-Standard, über den wir improvisieren können, oder sollten. Kennen Sie My Favorite Things? Es ist ein Lied aus dem Musical The Sound of Music von Hammerstein und Rodgers. Musiker wie John Coltrane, Bill Evans oder Algerow unter anderem, nahmen dieses Thema als Grundlage für ihre Improvisationen. Und so schaffen sie eine neue Musik, die sich von der ursprünglichen My Favorite Things unterscheidet. Sie hätten auch Themen von der ersten von Brahms zu improvisieren mitnehmen können. Und sie hätten was Neues getan, das sich von dem Original unterschied. Es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen My Favorite Things und die ersten von Brahms. My Favorite Things dauert weniger als 5 Minuten. Die erste von Brahms dauert zwischen 45 und etwas über 50 Minuten. Stellen Sie sich nun vor, Sie hören My Favorite Things eine Stunde lang nonstop. Es ist unerträglich. Aber die erste von Brahms dauert fast eine Stunde und ist nicht unerträglich. Ganz im Gegenteil. Sie und My Favorite Things sind beide toll, aber sie erzählen verschiedene Dinge. Die Geschichte von My Favorite Things kann in weniger als 3 Minuten erzählt werden. Die erste von Brahms braucht fast eine Stunde, um seine Geschichte zu erzählen. Und Vorsicht, Dauert hat nichts mit Qualität zu tun. Eine Geschichte wie Hansel und Gretel spricht unsere Essenz genauso wie Hamlet an, aber die erste braucht viel weniger Zeit. In Wirklichkeit kann jede Geschichte in einem Satz zusammengefasst werden. Der Herr der Ringe geht von denen, die einen Ring zu einem Berg tragen, um ihn zu zerstören und das Böse von der Erde zu entfernen. Die Odyssee geht um die Abenteuer von Ulysses zurück nach Uthaka. Durandot geht von einem Jugendlichen mit nichts zu verlieren, der versucht, sich mit einer Prinzessin anzubeendern. Aber das ist eine Synopsis und keine Geschichte. So erzählt, sind diese Geschichten lehrert von Inhalt und haben keinen großen Grund zu sein. Die vollständige Geschichte aber hat einen. Der Moment, in dem Sam am Ende seine Reise Frodo in die Arme nimmt, ist dramatisch, weil wir diese Figuren kennen, weil wir ihre Reise geteilt haben. Ohne die Prüfungen, der er bestand, wäre Ulysses nur ein Ehemann mit sieben Jahren Ausrede, um neue, sozusagen, Bekanntschaften zu machen. Und Kalaf wäre nur ein Jugendlicher mit mehr Hormonen als Gehirne, wenn er nicht die Prüfungen gäbe, die er besteht. Und ja, natürlich sind Musik und Literatur zwei verschiedene Künstler, aber sie haben gewisse Ähnlichkeiten. Während der 5. Sinfonie von Beethoven finden wir ein Element, im zweiten Satz, im dritten Satz und sogar im vierten Satz erscheinen wird. Es ist wie eine Figur, die sich durch die Sinfonie weiterentwickelt. In gewisser Weise geht es in Beethovens 5. um das Werden dieser Figur. Natürlich könnten wir nicht davon wissen und trotzdem die Sinfonie spielen. Was bleibt noch aber von der Komposition, wenn wir den Kern ignorieren? Deshalb müssen wir uns fragen, aus welchen Figuren besteht eine Komposition und wie sie entwickeln. Manchmal gibt es nur eine Figur, manchmal einige, manchmal viele. Eine Figur kann nur einmal erscheinen. Sie kann viele Geschichten und Zustände haben oder praktisch quasi unverändert bleiben. Aber alle Figuren sind da nur, um zur Entwicklung des gesamten Geschichten beizutragen. Und jeder muss seinen Platz haben. Wenn nicht, ist es leicht für eine Nebienfigur plötzlich so wichtig zu werden, dass der Faden der Geschichte verloren geht. In Herderringe, in Herderringe, Theoden, Elrond, Faramin und Eomer sind wichtig, denn sie sind Katalysatoren in der Evolution von Aragorn. Aber wenn sie zu viel Protagonismus gewinnen, wenn sie die Geschichte zu sehr auf sie konzentriert, würden wir den Faden von Aragorn Entwicklungs verlieren. Und vielleicht würden wir anfangen, uns zu fragen, warum sie ihn krönen. Wenn eine Komposition kurz ist oder wenig Elemente hat, ist es leicht, sich zu orientieren und die Musik zu verstehen. Je länger und mehr Elemente das Werk hat, desto komplexer wird, dass jedes Element seinen Platz findet. Wie entdeckt man den Rutenfaden der Geschichte in einer Komposition wie die erste von Brahms zum Beispiel Wie weiß man, worum es bei einem Musikwerk geht? Lass uns vorerst aufhören, denn ich habe schon fast zu viel auf einmal gesagt.